Hey, mein Name ist Christian und im heutigen Video möchte ich mit euch über das Samsung Galaxy A32 5G sprechen. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung, die knapp unter der 300 Euro Marke kratzt, bietet es neben einer Vierfachkamera ein recht großes Display, einen großen 5000 mAh starken Akku und eine neue MediaTek Dimensity CPU. Wie mir das Gerät in den letzten drei Wochen gefallen hat und wo ich sowohl Vor- als auch Nachteile sehe, das zeige ich euch in den nächsten Minuten meines Videos. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß. Aktuell wird das Galaxy A32 in vier Farben angeboten, in Schwarz, Weiß, Violett und dem hier vorliegenden Blau. Während die UVP vor wenigen Wochen ab 279 Euro begann, liegt aktuell der Straßenpreis schon 40 Euro darunter und dürfte in den nächsten Monaten an die 200 Euro Marke reichen. Bis auf die Vorderseite besteht das Gehäuse komplett aus Kunststoff, ist dabei aber sehr verwindungssteif und gut verarbeitet. Rechts sitzt ein Powerbutton mit integriertem Fingerabdrucksensor, darüber die einteilige Lautstärkewippe und gegenüberliegend der SIM-Slot, der entweder zwei SIM oder eine SIM und eine MicroSD aufnehmen kann. Eine dieser SIM-Schächte unterstützt dabei auch 5G. Für mich saß der Fingerabdrucksensor noch in einer guten Höhe, bei kleineren Händen könnte er schon etwas zu hoch sitzen. Für die Lautstärkewippe muss man definitiv leicht umgreifen. Von der Entsperrgeschwindigkeit ist der Fingerabdrucksensor okay, es geht jedoch auch in diesem Preisbereich schneller und bei der Zuverlässigkeit gab es keine Probleme. Unten gibt es noch einen Lautsprecher, USB-C zum Laden, Mikrofon für Telefonie und eine 3,5mm Buchse für Klinkenstecker. Den Lautsprecher fand ich echt gut, sehr gute Maximal-Lautstärke, saubere Umsetzung und lediglich auf den letzten 5-10% etwas schwächer. Obwohl Mono gehört er für diesen Preisbereich definitiv zu den besseren. Sowohl Abmessung als auch Gewicht sind nicht ohne, denn 164mm in der Höhe und 9mm in der Dicke sind nicht wenig, geschweige denn das Gewicht von 205g. Ist zum Großteil dem Akku, aber auch dem Display geschuldet. Eine IP-Zertifizierung vor Staub- und Wasserschutz gibt es nicht. Aus technischer Sicht bekommt man einen neuen MediaTek Dimensity Prozessor, der exakt für diese Geräteklasse entwickelt wurde. Dazu gibt es 4GB RAM und wahlweise 64 oder 128GB intern, weiterhin WiFi 5, Bluetooth 5.0, NFC und wie gesagt eine 5G-Fähigkeit. Der Akku mit 5000mAh ist wirklich ein Monster, kann dabei aber auch nur mit 15W Netzteil geladen werden. Drahtlos laden ist gar nicht möglich. Die Performance ist auch mit dieser recht neuen CPU eher so Durchschnitt und kommt nicht an die Chipsätze von Qualcomm heran. Auch bei diesem Samsung-Device hatte ich das Gefühl, dass alles etwas träge ist und definitiv ausgebremst wird. Klar kann man damit die handelsüblichen Apps nutzen, kann damit auch mal zocken und auch Multitasking nutzen, alles aber mit einer gewissen Verzögerung. Im Geekbench 5 kam es auf 474 Punkte im Singlecore und 1567 Punkte im Multicore-Score. Da wo etwas gespart wurde, wird auf der anderen Seite, nämlich beim Akku, wieder eine Schippe draufgelegt. Ich kam mit dem Smartphone immer 1,5 Tage über die Runden, an manchen Tagen sogar länger, sodass ich erst effektiv 40 Stunden später wieder an die Steckdose muss. Die Display-On-Time lag dabei bei rund 6,5 Stunden. In meinem YouTube-Test im WLAN bei 50% Helligkeit und Lautstärke kam ich auf einen sehr sehr guten Wert von 18 Stunden. Um den Akku wieder komplett voll zu bekommen, waren etwas mehr als 2 Stunden notwendig. Kommen wir damit auch schon zum Display und einem Bauteil, das mir Bauchschmerzen macht. 6,5 Zoll TFT-Panel, Auflösung in 1600 x 720 Pixel und 60 Hertz Bildwiederholrate. Dazu gibt es breite Rahmen, die in 2021 nicht mehr up-to-date sind und eher an so 2018, 2019 erinnern. Die Pixellichte von knapp 270 ppi ist nicht gut, eher schlecht, gegenüber vielen anderen Smartphones deutlich geringer und genau das merkt man auch bei der Detailgenauigkeit. Die Helligkeit ist in Ordnung, wobei es bei direkter Sonneneinstrahlung zu Problemen kommen kann. Die Helligkeit bricht dann allerdings etwas, sobald man das Display zur Seite neigt. Besser hingegen sind die Farben und auch die Farbstabilität bei seitlicher Betrachtung. Während Dunkel- und Augenkomfortmodus nativ vorhanden sind, gibt es aber kein Always-On-Display. Insgesamt fand ich das Display vor allem hinsichtlich der geringen Auflösung maximal nur durchschnittlich. Samsung verbaut beim Galaxy A32 ein Setup von insgesamt 5 Kameras. Darunter befindet sich eine 13 Megapixel Frontkamera, eine 48 Megapixel Haupt- und Weitwinkelkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkel, 5 Megapixel Makrokamera und eine 2 Megapixel Kamera für Tiefenschärfe. Videos kann die Hauptkamera in maximal 4K 30fps aufnehmen. Die meisten Fotos mit der Weitwinkelkamera konnten mit einer guten Dynamik und vor allem im Nahbereich mit sehr guten Details und einem stimmigen Bildpunkten. Bei manchen Bildern war das in den Fokus gestellte Objekt sehr klar und deutlich, einige Zentimeter außerhalb des Zentrums, gab es aber auch manchmal unscharfe Bereiche. Sehr schön empfand ich tatsächlich Aufnahmen, die im Porträtmodus geschossen wurden, da die Objekte sich vom Hintergrund sehr gut freistellen. Entgegen vieler anderer Kameras ist die Makrokamera mit 5 Megapixel recht hochauflösend und genau das zeigt sie auch in den Bildern, sofern man den richtigen Abstand gewählt hat. Auch bei dieser Makrokamera bin ich der Meinung, dass sie aus der Hand und ohne Stativ kaum brauchbare Aufnahmen macht, da man nicht den genauen Abstand zum Objekt trifft und so teilweise bis zu 10 Aufnahmen benötigt, damit eine stimmig ist. Wenn der Fokus mal passt, sehen die Aufnahmen aber okay aus. Die Hauptkamera ist auch nicht wirklich für Lowlight Aufnahmen gemacht, wobei man in diesem Preisbereich auch nicht viel erwarten darf. Das, was sie vor allem im Nachtmodus ausgespuckt hat, war aber mehr oder weniger in Ordnung. Auch die Ultraweitwinkelkamera kommt noch mit einem guten Dynamikumfang, jedoch kommt es hier im Randbereich teils zu deutlichen Unschärfen, sodass die Bilder meist nur auf dem Smartphone und in Social Media Apps gut aussehen. Auch wenn das Smartphone keine native Telekamera besitzt, so kann man doch von zweifach über vierfach bis zu zehnfach zoomen. Zweifach sieht auf dem Smartphone wieder okay aus, auf dem PC sieht man dann aber auch schon bei 100% Betrachtung recht viel Matsch und vier beziehungsweise zehnfach sind sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem PC eher für die Tonne geeignet. Auch nicht wirklich klasse sind Videos in 4K 30fps, da die gesamten Videoaufnahmen sehr unruhig sind, wenig Details bieten und eher das Machbare im Smartphone als brauchbares Videomaterial zeigen. Von der Frontkamera hingegen war ich wieder positiv überrascht, auch wenn sie bei Gegenlicht etwas zu viel Glanzlicht hatte und Gesichter recht weich wirkten. Nichtsdestotrotz reproduzierte sie ein stimmiges Bild und die Freistellung im Portrait Modus war super. Bei der Software kommt aktuell Android Version 11 und Samsungs One UI Version 3.1 zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine Oberfläche, die auch schon von vielen anderen Samsung Geräten bekannt ist, viele Personalisierungsmöglichkeiten bietet und mir wirklich äußerst gut gefällt. Auch wenn das Softwarepaket rundum passt, so hatte ich jedoch das Gefühl, dass sie etwas performanter hätte sein können, wo ich aber eher die Probleme in Richtung MediaTek Prozessor sehe. Im Roundup möchte ich zuerst mit den positiven Eigenschaften anfangen. Absolut positiv ist der Akku, der mit seinen 5000mAh wirklich richtig gute Akkulaufzeiten liefert und Nutzer mindestens 1,5 Tage über die Runden bringt. Definitiv auch auf der guten Seite ist der Monolautsprecher, der mich wirklich überrascht hat und für diese Preisklasse einen ordentlichen Sound bietet. Die Software gefällt mir auch auf diesem Smartphone gut und der Fingerabdrucksensor ist sehr zuverlässig. Im Kamerabereich hat mir vor allem im Weit- und Ultraweitwinkelmodus der gute Dynamikumfang gefallen. Die Hauptkamera macht ordentliche Bilder und auch die Makrokamera besitzt mit 5 Megapixel eine recht hohe Auflösung. Schwierig ist es hier jedoch den richtigen Abstand zum Objekt zu finden und auch bei 4K Videoaufnahmen kommt das Smartphone an seine Grenzen. Was auch eher auf der schlechten Seite ist, ist die Performance der Mediatek CPU, die das Smartphone so etwas ausbremst und etwas drehgemacht. Unterm Strich wird das Galaxy A32 zu einem Preis zwischen 200 bis 220 Euro wirklich interessant, da man es dafür tatsächlich empfehlen kann. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes nach drei Wochen Nutzung mit dem Samsung Galaxy A32 5G und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like und auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!